Die Wissenschaft sucht nun nach einer Notbremse. Eine Idee rückt in den Vordergrund, die bisher als Hirngespinst gegolten hat. Eine Art Sonnenschutz für die Erde, hoch oben in der Atmosphäre. Wissenschaftsredaktorin Hannah Wick erklärt. Die Erde kann sich nicht einfach in den Schatten stellen, wenn sie schwitzt. Unermüdlich brennt die Sonne auf sie nieder. Wie also könnte man ihr Kühlung verschaffen? Zum Beispiel mit unzähligen winzigen Teilchen, die wie kleine Spiegelchen hoch oben in der Atmosphäre herumfliegen. Sie würden das Sonnenlicht gleich wieder ins Weltall zurückwerfen, erklärt Thomas Peter, Atmosphärenchemiker an der ETH Zürich. Und das? Führt dazu, dass viel Sonnenlicht erst gar nicht eingekoppelt wird ins Klimasystem, ergo eine Abkühlung stattfindet. Diese Idee nennt man Solaris Geoengineering. Und dass sie funktionieren könnte, weiß man von Vulkanausbrüchen. Deren Auswurf kann hoch oben in der Atmosphäre als Sonnenblocker wirken und die Erde deutlich kühlen. Vielleicht ließe sich das nachahmen, indem man aus einem Flugzeug Sonnenschutzteilchen in die Atmosphäre hineinpustet. Doch das Unterfangen wäre heikel, denn der Sonnenschutz könnte auch zu ganz unerwünschten Resultaten führen. Zu Überschwemmungen und Ernteeinbußen zum Beispiel. Viele Fachleute und Umweltschutzorganisationen stehen dem Geoengineering deshalb sehr skeptisch gegenüber. Doch die Erderwärmung wird immer dramatischer und so sprechen sich neuerdings mehr Forscher dafür aus, den Sonnenschutz für die Erde ernsthaft zu untersuchen. Zum Beispiel der Weltklimarat IPCC und auch die mächtige National Academy of Sciences der USA in einem neuen Bericht, der gerade erschienen ist. Damit werde das Thema nun salonfähig, sagt Ken Caldera von der Universität Stanford in Kalifornien, der am Bericht mitgeschrieben hat. Und das sei auch gut so, meint der Forscher. Man müsse mehr über Geoengineering wissen, denn es könnte hochgefährlich sein. Deshalb brauche es verbindliche internationale Regeln und mehr Forschung zum Thema, schreibt die National Academy of Sciences. Sie denkt nicht nur an Simulationen im Computer, sondern schließt auch Experimente unter freiem Himmel nicht aus. Gut möglich, dass bald irgendwo ein Flugzeug kleinste Mengen Sonnenblocker in die Atmosphäre einbringt, im Namen der Forschung. Ja, und hier haben sie halt schon die letzten Minuten und Stunden gemacht. Also es ist so schlimm heute gewesen. Auch da hinten aktuell wieder, ne? Es sind immer so viele auf einmal bei uns. Es ist so zum Kotzen. Ich halte es nicht mehr aus lange. Wissen Sie? Ja, hier kann man jetzt... Ah doch, die Sonne steht noch hoch genug. Hier zwischen den Dächern, ne? Aber ja. Heute, ich muss es einfach nochmal dokumentieren. Das ist nämlich heute so schlimm wie lange nicht. Einfach weil noch gar keine Wolken da sind. Und oh Gott, sieht das aus. Ja. Schaut das euch an hier. In die Richtung haben wir auch ein paar Streifis gemacht. Da ist gerade aktuell einer. Bäh. Ne? Tut mir leid, dass das verwackelt ist. Ihr habt ja gesehen, wo ich stehe. Ja, hier. 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 Es ist heute so schlimm. Was die hier machen, das ist... Das größte Verbrechen an der Menschheit. Was man sich vorstellen kann. Das ist wirklich Völkermord. Das ist Genozid. Das meint man damit. Das ist dieser Begriff. Das ist mit Sicherheit für nix gut, was die hier machen. Das ist Insanity. Ich habe nicht gesehen, ich habe einen Spray das bad in einem langen Zeit. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist immens mitihin Einschränkungen. Einschränkungen zu stimulieren. Das ist natürlich nicht mehr forum. работает ja. Das ist кажется,